das palast wir sind tatsächlich hier hier und jetzt werde ich gefickt aber erst mal ein schluck bier und herzlich willkommen zum dritten bad zudem ich habe ihn noch halbwegs gut in erinnerung weil ich ihn so oft machen durfte weil so oft gestorben bin hier sind kack schalter ja die brücken hier sind so kaputt die gegner bringen nichts mit dem schalter können wir die tür noch mal öffnen die statuen an uns nichts jetzt kommt die geile scheiße das fängt schon geil an was der hat mich gar nicht berührt man so jetzt hier hoch ist das herz aller liebst herr damit herr damit so heilige scheiße das wird ein schwarz wie ging denn da wie ging das hier noch da drüben ist glaube ich nichts ja nicht oder springen doch das recht nö aber ja diese skele die haben wie sind die sind ein bisschen doof da muss sie alter da muss schon von ihnen vergewaltigt werden allzeit kraftig so die gerne auch flach liegen magst du es ja gerne flachgelegt zu werden du kennst es auch nicht anders das da macht erheblichen schaden woher ich das weiß ich spreche aus erfahrung was für uns zu dieser lustigen kiste mit einer komischen karte du hast die karte nutze blablabla ab zu gilt die stunden äh äh wie leck mich am arsch aber ja natürlich von meinem skelett gefickt tolles gefühl jo da teile ich jetzt aber voll da vorne gibt es zwar auch ein schein aber ich drück mal den scheißegal ob ich jetzt den da rechts oder links ja das wird doch richtig lustig die kann ich nichts dann habe ich noch gar nicht ausprobiert ja natürlich so könnte ich euch beinahe trollen kann ich ich kann euch nur ganz kurz dann haha geht rollt ha da nicht vorhanden den schwanz abgeschnitten wie viel schaden okay dann geht es ja noch so so oh was wird hier wohl passieren dun 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 ja so gehen die auch tot nö wow die sind doch so tot ziraks da 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 komm her freundchen ja das war ein bekanntes selder rätsel es ist so schwer dass es kaum einer begreift du hast den top was gefunden damit kannst du das versteck des bosses finden wow wie ippisch du hast du diese steine kann ich telepathische verbindung mit ihr treten ich habe einen rat für dich geschützt der diesen palast versteckt es kann dir helfen die panzer der gegner zu bezwingen naja ich weiß schon was mit diesem schatz sich auf lager hat und damit sind diese scheiß statuen gemeint ja die halb unmengen aus oh man lass mich in ruhe lass mich einfach nur noch in ruhe so was verschlossen na dann brauchst du hier wohl den großen schlüssel was kann ich nicht meinen als zwecks beliebten ähm generalschlüssel einsetzen da passt doch immer so jetzt bist du da entlang das wird richtig geil jetzt ja toll super 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 toll richtig geil und hier dürfen wir ja ja ist das ein scheiß ich hab jetzt schon keinen bock mehr wenigstens hat es dich gefickt ein schlüssel ja ja ich weiß nicht wie es euch geht aber ich verspür gerade irgendwie eine unlust ich weiß es auch nicht das game ist eigentlich geil das weiß ich aber ich verspür trotzdem gerade eine unlust oh mein gott alle töten oh nö das ist jetzt nicht wahr ja dich hab ich ganz vergessen jetzt passt mal auf drei treffer drei treffer hat er schon kassiert vier fünf sechs sieben alter acht treffer der hat wie fast alle gemacht so eine nutte bomben bombe bam 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 so ich muss sie auch noch töten Yeah stimmt weiter ja das gibt die truhe oder große böse schüssel drin ist ja ja da 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 denkt die großen schlüssel so jetzt werden wir diese große truhe öffnen was ist drin ein bogen du hast den bogen gefunden das war nötig das war alter nein 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 wenn die so eine scheiße bringt dann kriege ich gleich die gleich so das kotzen das war auswählen denn damit können wir diese hier von hitten ja ihr habt richtig gehört von hitten mit einem treffer wegen dem großen auge komm her gekillt junge in your face oh mein gott die berüchtigte stelle oh nein oh nein jetzt fängt das immer geil an xyrax xyrax du bist der beste spieler der welt gekillt ey ja natürlich ja endlich dafür habe ich wenigstens zehn pfeile gekriegt so äh das könnte eventuell reichen alter oh gott nein seid ihr wieder okay ihr seid nicht wieder da brave monsterchen okay irgendwo ist hier leck mich doch ich werde jetzt nicht sterben ich werde jetzt nicht sterben ich werde jetzt nicht sterben und ich werde jetzt nicht sterben ganz krass nicht sterben mit dieser ich gebe dann du bist du tolles spiel du ahaha du kleine du bringst mich doch in verlegenheit süßes spiel wenn ich den im hinterzimmer ein bisschen seuchten sex genießen dieses spiel bringt mich zum kacken ja natürlich die tollsten steine der welt wenigstens muss ich diesen scheiß behemmerten bogen nicht noch mal holen man nur weil ich von dem ein wichser gekillt wurde muss ich jetzt die ganze stage noch mal von vorne machen ja natürlich legt mir doch die nille breit willkommen bei willkommen bei meck nille ihre bestellung bitte was wollen sie denn also ich hätte gern ein big nille und dazu den 95 und dazu ein bisschen schicken mecken nille schicken nille nix fick dich fick dich fick dich und dann noch eine große cola so was ich wollte ist dieser diesen scheint diesen scheiß schalter drücken und da reingehen großartig das halbisch jetzt aber volle jung natürlich es werden zwei getriggert stirb nutte sag mal was macht denn meine katze ständig das war irgendwie einer der halter war es ja geil bei der lieblings stelle das war es nicht ja natürlich schnell hier raus alter so ähm yeah ficken laut meinem freund kann man die hier nicht töten aber ich probier's mal oh gott der macht mich ja alle wenn ich nicht aufpasse aber hat ihr scheiß gelände so man braucht nämlich hier den bogen und dann zwei ganze treffer leck mir doch die nille breit ja natürlich natürlich klar logisch so much logik i want to have fick mich fick mich was ist das denn ja natürlich schieß zwei weiter neben und nennt sich robin hood so ja ich habe einen freund der zockt das spiel auch sehr gerne ist ein seiner lieblingsspiele ähm der hat mir mal ein paar tipps zugegeben ein paar wenige könnte mir grüßen wenn ich jetzt nicht da 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 oh die hüpfenden ochsen da 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 wow du hältst aber so viel aus ein boss ist der aber schwer da leck mich mir geht die pfeile aus welche richtung schießt du alter leck dich da 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 oh gott nein nein negen 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 wie soll ich denn den arsch jetzt treffen Oh, jetzt hat er einen Penis Oh Gott Jetzt hat er einen Penis am Ellenbogen Gekillt Und einen fucking weiteren Herzcontainer Wow, ich kenne meinen Ruppen Und das Metall Der Jungfräulichkeit Und der Jugend Meine Damen und Herren Ich hole mir jetzt einen runter Du hast das Amulett des Mutes erhoben Oh yeah Wow, und das in einem Part Wow, ich bin mal stolz auf mich Ich kann mal stolz auf mich sein Da teib ich jetzt aber Feuer, Jung Hi, alter Sack Und lass deine Hose an Du hast also das Amulett des Mutes errungen Dann lass mich von der Legende erzählen Vor vielen Generationen hat ein Ritterort Und das Königshaus von Hörü beschützt Man sagt, ein Held würde sich erheben Sollte der Königsfamilie etwas zustoßen Ein Held aus der Blutlinie Der Ritter von Hörü Leider verloren viele ihr Leben Während des großen Krieges Gegen das Böse Als die Siebenweisen versuchten Das Siegel zu kreieren Daher glaubte man Dass der legendäre Held nie wieder geboren werden würde Doch glaube ich, dass du dieser Held bist Finde die anderen Amulette Und nimm dies an dich Es ist ein Werfstück der Familien der Siebenweisen Du sollst es nun haben Also In einer der Höhlen Ist etwas Nützliches Versteckt Ja, dann beenden wir auch so langsam Unseren wunderschönen Part Und hallo, liebe Fruchtfliege Ich töte dich gleich Ah, daneben Blödes Scheißvieh Naja, dann bis zum nächsten Mal Oh yeah Ciao, ciao Und auf Wiedersehen Haut rein